Guten Tag, meine sehr verehrten Damen und Herren, herzlichen Gruß aus Nagul. Wir hatten heute ein großes Fest. Es geht um Städtepartnerschaften, um Europa. Gemeinsam mit meinen Berufskollegen aus den Nagul der Partnerstätten, mit Wasser Amen aus L'Orvis und Peter Bohinitz aus Jesenitze, haben wir die Europa-Fahne, die Ehrenfahne des Europarates, heute erhalten dürfen. Herr Mayer, danke für Ihre Aufmerksamkeit. Das ist nicht nur die Freude der Europäische Tag, sondern auch die Freude und langfristige Freundschaft zwischen Nagul und Jesenitze. Es ist ein großartig für die Stadt Lohnwi, d'avoir répondu zu Jürgen und der Stadt Nagul. Es ist immer ein großartiger Moment, zu treffen unsere Allemans, aber auch zu treffen unsere Allemans-Slovene, während der Europäische Zeit, die Europäische, in allen Dingen zu tun, die Europäische, in allen Dingen zu sehen, die Menschen, um die Zukunft zu verbessern. Also, ein sehr vielen Dank an Nagul für ihre Unterstützung. wie immer. Wir warten alle auf jeden Fall. Wir sind sehr bald. Vielen Dank. Ein Tag unter Freunden in Nagul. Ich bedanke mich bei allen Beteiligten für diesen wunderbaren Tag bei aller schönsten Nagulwetter, bei den Partnerschaftskomitees von Nagul, von Jesenitze und auch von LorWi. Es hat alles wunderbar funktioniert. Das Protokoll, wir hatten viele Gäste, Europa-, Bundes- und Landtagsabgeordnete, viele Repräsentanten aus den Vereinen und Vereinigungen unserer Stadt. Es war ein typischer Tag Naguls. Wir arbeiten zusammen und gemeinsam können wir für die Stadt und für die Region sehr viel erreichen. Deswegen war dieser Tag ein mutmachender Tag. Vielen herzlichen Dank an alle. Wir arbeiten zusammen, wir haben eine gemeinsame Wbildschirche. Wir sind eine gemeinsame Wbildschirche. Wir lassen uns auf jeden Fall zusammen, Wir werden die Zukunft zusammen mit uns einen geistigen Desert. Wir sind wieder auf jeden Fall zusammen, wir werden uns mit uns einigen dazu Tacken, und wir arbeiten zusammen mit allen mit uns einigen. Wir sind alle, in der Lage sehr viel, Wir werden uns verraten. Wir werden uns leben und Arbeiten und wir sind schockt. Wir werden uns um denmen. Wir werden uns um die,